Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, was das soll. Es ist alles so unnatürlich. Niemand weiß den Grund. Man vermutet, nimmt an, aber beweisen kann es niemand. Auch wir reden nur. Jeder Gedanke daran ist eigentlich umsonst. Von Wort zu Wort wird das Rätsel größer. Und wir reden auch. Das erinnert mich an ein Ereignis aus meinem Leben, es war in Innsbruck, ich gehe an einer Tribüne vorbei. Ja genauso ist es, es wird einfach nichts draus. Wer bemüht sich schon drum, wer sucht schon einen neuen Lebensstil. Man bleibt lieber im Alltagstruck, bevor man ein bisschen nachdenkt. Irgendwann aber muss alles zu Ende gehen. Das kann niemand aufhalten. Die Frage aber ist, wann? Vielleicht heute, vielleicht morgen. Man müsste nur den Fehler erkennen können, den Fehler an der Welt. Das Leben ist die Suche nach dem Fehler an der Welt. Und wenn man ihn gefunden hat, zerbricht man daran. Und wieder ändert sich nichts. Was bleibt, ist Theater und Resignation. Warum sollen wir noch den Kopf zerbrechen? Es führt doch zu nichts. Warum? Vielen Dank. Vielen Dank. I'll buy you a Ford Mustang, I'll buy you a Ford Mustang, I'll buy you a Ford Mustang. If you'll just give me some of your love now, please give me some of your love, girl, yeah. You know what I want, I'll buy you a Cadillac, I'll buy you a Cadillac, I'll buy you a Cadillac. If you'll just give me some of your love now, yeah, give me some of your love, woman, all right. Get that way up.